ja hi und willkommen mein name ist an die wlp und ich begrüße mich zurück zuletzt place da was ja in der letzten folge haben wir uns mit der zweiten schwester ein wenig gekloppt haben es gerade so geschafft zu gewinnen und ja jetzt gehen wir weiter hier auf sehr froh auf erkundungstor da müssen wir hin und da kam ich also ein bisschen dahin ja weil ich wir können noch hier die ausgabung städte von den imperium wenn ich mich nicht irre ist schon wieder ein paar tage her also mal schauen es ist anders als das andere gab eine ahnung da gab ja stimmt ok ja den gab ok ja ich meine irgendjemand von gesagt hat imperium hat hier noch weiter runter gesiedelt sind gerade irgendwo nicht mal schauen gucken wir mal so da kann ich mich doch dranhängende oder hier ok wird schon direkt da warum habt ihr nichts gesagt ich habe den funk in dem moment umgeleitet als du sie kontaktieren wollte das hacken verschlüsselte nachrichten war früher eine art hobby von ihr sie hat mir beigebracht es gibt keine technik von ziel die ich nicht perfektioniert habe super ok da sah das war schon wieder so aus als könnte man da hat sie das schon so aus kann man da hochklettern also muss man sogar machen auch jetzt lass mich da warum gehst du automatisch nach rechts wird soll das eigentlich er soll erst mal was ich gemacht habe und nicht funktioniert es nicht komme ich hier schon wieder hoch jetzt kann wahrscheinlich 1000 gegner und ich habe einst im pack gute aussichten schon wieder alles klar ich wurde in verschiedenen farben leuchtet ja ich habe doch helter es geht schon wieder los da macht irgendwas da gibt es ich würde gerne weggehen dass dieser typ habe ich nicht verfolgt okay ja nun sagen wir jetzt nicht ich muss erledigen danke meditationsraum bitte doch wenn es also gefunden diese geräte die schwerkraften ich bin sicher das ist ein leitmotiv ok muss ich ja machen keine ahnung erst mal gucken gott sei dank das ist ja erstmal ausruhen jetzt weitergehen schon wieder blöd angefangen ja ich studiere es gerade seine geheimnisse kordoba hatte wohl einigen vielleicht genug um das holokon in ihren gebeinen zu verstecken sie sagen für eine böse wichtigen aber ich habe schon das ding gefunden naja da macht immer ein bisschen mehr schaden ja sehr gut hinter der ist noch einer kollege das ist mal wie ich das gerne warum klappt das nicht mehr ich musste ja noch ich muss auch den schub einsetzen wenn der hat macht oder in der blau wird oder gehen jetzt nicht mehr raus ich habe hier mit zweimal an ich bin wieder ein komplett neuer oder so knapp so dass wir jetzt mal ein relikt aus dem alten selbst ich führe große eitelkeit und kommt noch in dieser phase ihre geschichte zumal reinsehen ja sehen wir es uns an risik kreuzer warum nicht ok war es ja schon nehme ich meine karte aufrufen das ist vielleicht mal eine gute idee ich vergesse ich von allen leuten vergesst die karte aufzurufen ich wollte eigentlich warte dass wir erstmal doch alle wohl ja sowas von tod ich kann euch immer noch hören was ok hallo na dreck dreck und 1 gedrückt man okay sturmtun habe ich raus oder sagen heute aber die habe ich raus langsam paar sachen zum kaputt machen das war erstmal den hier an ok das wind glaube ich das ist mal hochklettern wenn man auch immer sein soll so hallo na ich würde irgendwas hier einfach so nahe abgelehnt ich hasse es wenn diese fliecher so ein ausweich schritt machen ja ich weiß das ist das aber ich wieder ergriff oder irgendwie so was stimmt ich nehme an rot bedeutet griffen denn ich irgendwann bekomme wahrscheinlich sogar hier nicht so irgendwas war ja noch kaputt machbar ich hoffe gerade gesehen ihre flammen waren ein wofür weg trotz grenzenloser macht das wird erstmal reingehen zeig mal was du gefunden hast ich habe noch jetzt gelesen habe ich direkt schon gedacht da oben ist irgendwas wie komme ich wieder nach hinten das ist wieder die frage uns was für eine kugel und da ist eine kugel kann ich ja runterspringen monatlich schaden nehme ich glaube nicht ok muss einfach nur im wind ausmachen ok ich habe das gefühl hat lockt mich zu irgendwas großen super so von hinten gehen die voll einfach kaputt perfekt hallo na ja mein fuß ist eingeschlafen habe ich noch irgendwas mit ein hat er braucht zwei dacht deswegen sind sie so ausgegraut und dann sparen wir eben da kann ich auch glaube ich da musste sein es musste einfach sein niemand hat was gemerkt vor allem dadurch keine macht verschwenden hat 69 prozent erkundet aber nur dieses eine gebiet ne da stand da war noch irgendwas jede minute kommen neue soldaten in dieses grab so ansetzt an zu treten hätte sich ein droide nicht eingewiesen hätte ich nicht problemlos erledigt das aber nicht ich noch hier sie einfach dann für eine bösewichte hätte ich voll kalt gemacht man so okay gott hätte ich wahrscheinlich damit erledigen können also noch sturm truppler obwohl traurig mann traurig kollege traurig nämlich ich mache es trotzdem auf gott und jetzt hier vor was ich gerade gesehen habe so wir rechnen im leben verdammt da wäre so gut gewesen kommen schon ja wenn ich ein bisschen enttäuscht so wir haben denjenigen nein wir sind vollstand fest ja geht so aus schon wieder dadurch zu kommen ok unten irgendwas ich sehe so dinger ja glaube ich da wo du hast recht gott hat erwartet jetzt da oben naja was wenn ich nicht da hochgehen nach dem ich eine idee muss ich wahrscheinlich naja ich habe einen doppeldings raus holt wo ist deine stärke jedi wie die anderen keine chance was ich eigentlich schon die ganze zeit raus von der teil ich hatte ich habe das ganze draußen ich habe keinen macht ich habe keine macht ich brauche doch um mit grenze macht gott wenn die dinge mal hier rumliegen wenn ich mir ein bisschen messen neuer gegner halt auch sehe ich schon ja so hatte ich ja nicht geplant kann man wieder danke so upgrade voller durchgepackt jawohl er war teil der arbeiterschaft die das körper richtet hat die starben jedoch bevor es fertig war ok aber ich habe jetzt nicht noch geachtet habe ich jetzt gerade aktiviert hat ja 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 da wollte ich nicht ja 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 da kann ich mich daran hängen oder hat es hat noch nicht aktiviert wahrscheinlich schon wieder viel einfacher als ich denke aber ding war blau also so geht doch ja und hier kann man zurück ne ja 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 fraser so gott nach da unten ja gut die kümmern sich um den weiß nicht ob mir hat gefällt ich will den recht gesagt erkunden das ist ein flamm ein flammtruppler das konnte ich nicht weiß ich nicht ob ich schon erkundet hatte aber jetzt kann ich sowieso nicht mehr aber jetzt kann man noch voran überhaupt schon mal verreckt ich meine das ist doch mal was wenn es war den preiswert soll feuer gewesen sein dafür sind die das ist ein monster dafür trägt er die schuld nach von der kammer glaube ich ja lasst mich noch mal kurz ich weiß nicht wie lange ich mich fallen lassen kann wort schaden macht also wo war noch mal und sagt mir alle schon wieder da ehrlich okay da war relativ glück gerade ich habe einfach nur geblockt und keinen schaden zu bekommen und nicht gott und den schuss abzuwehren so irgendwas war da ja noch das habe ich kaputt gemacht irgendwann war ja unten noch die kugeln da ja weil ich kann ich nicht bewegen werde ich doch schon alles hier erledigt da komme ich noch nicht hin da bin ich glaube ich gerade auf dem weg hin na gut da kann ich jetzt ausmachen halt wo die bräuche ich eigentlich nicht mehr gehört machen wir mal den hier gucken noch mal wie weit wir kommen und zwar schon 26 nun auch vielleicht kriege ich da oben ja noch ein speichpunkt naja neben jetzt sehen nämlich natürlich ist klar ich wollte alle zurück schießen da gibt es nicht ich kann nicht wettern man rennst du hin es ist schon wo der raum steht der da okay so hier war aber noch nicht naja jetzt bin ich hier oben mit proficat hier die gina eingezeichnet waren kann ich irgendwann da ist eine liane ich sehe einfach nur mich von da oben springen kann oder ich sehe einfach nur ein zweimal ein ah ok bitte team jetzt nicht ab jetzt ein bisschen nervig gewesen wenn ihr alle geteemt abgeteemt werden wie auch immer man das nennen würde das noch ein abwalt war noch jemand nein ok wenn wir sind nervig gewesen wenn die alle noch neben gewesen werden ich habe irgendetwas gelbes ok daneben da kann man nur schlecht ausgehen oh gott jawohl muss gleich das geht er war ein runtergeschmissen er hat schon mal sowas von jedi night weil ich als mögliche machen kann es mit ein geht so da komme ich nicht rüber naja glaube ich nicht schon wieder so eine jahre muss ich wieder zu mir hingreifen wahrscheinlich nicht aber da jetzt auch nicht weiter hat ich habe das aktuelle analyse auf den schiff gebracht ich habe so was leider nicht da ja ich habe das artefakt jetzt was macht sie jetzt hat was ich als bösewicht sagen hey hoch langsam können wir auch wieder speicher punkt finden damit ich den part binden kann was wird hat hier wieder viel zu lang hm 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 das war ich war auf der falschen seite oder wie ne weil so tief kann zu tief bin ich gegangen okay aber übergeht ja nicht glaube ich was war nicht weil ich jetzt anders gemacht habe aber okay sach einfach hier ja so kann schon meditationskreis wenn es geht mit da wirklich verlangsamen für es hat gratis also wenn wir mal gucken ob da noch irgendwas ist aber knapp bestimmen der quartier zwischen versteckt muss man eigentlich gar keine verlangsamung für ok so kommt aber hat mir noch finden speicherpunkt klamotten ultimative waffe das war mit der neuen lichtschwert farbe da können sie mal raushauen hallöchen na genau das habe ich doch gesucht ich danke euch dann hat sich schon wieder heftig aus ich wollte ich mit der ihnen nein ich wollte nicht keine interaktion mit meinen ruinen aus da was das für die folge in der nächsten fall schauen wir mal weiter wie es hier so weiter geht wir sind so gut wie am ziel also ja geht doch alles klar sage ich dankeschön für zuschauen ich hoffe ich hatte weil man ja dann hinterlasst ein abo oder ein kommentar das würde mich sehr freuen und ich sehe euch dann in der nächsten folge wieder tschau